herzlich willkommen zum nächsten spiel unserer german legends mit ein paar strapazierten legenden felix hendrik tom und ich gegen die abstürzer die kennen wir auf jeden fall aber gucken ob wir gegen die auch gewonnen hatten ich würde sagen jetzt geht's durch ich werde abgekriegt ja dann dreh dich raus rein ich mache rein jedoch nicht mal gucken wir sind so ein bisschen auf der suche nach befreiungsschlag würde ich mal sagen den finden wir auch in diesem match vielleicht aber auch erst in fünf so sags oder wieder in liga 10 sind ja nicht so blind durch nicht so blind durch sind doch ein paar mehr als ich eben erst dachte ja dann müssen wir hinten anfangen und uns den ball erobern und dann erst nach vorne noch kommen eigentlich nicht viele optionen hier ja aber wenn die was wollen und vielfältige spieler weg visiert und dann kommen sie natürlich durch abschluss die stehen schon der sich die spiel 352 komplett über die drüber aber es könnte nicht reichen nope reicht leider nicht das musste gegen echt leute der war noch drin doppel nie durch felix ich habe nicht rein rennen felix oh nein ich bin doch ja ich drücke und mache oh nein ich wollte felix oh gott ja pff schön übrigens hallo an alle zuschauer hä hier jetzt noch nichts abgeschaltet haben ich wollte noch mal alle 12 zuschauer begrüßen hä ich dachte irgendwie ich habe die antwortation vergessen und du löst das rätsel jetzt auf oder so ich lasse ein like da es ist overlay ausgeblendet gleich mal gucken ja aufnahme läuft doch jetzt müssen wir nur noch gewinnen den spruch hatten wir eben schon mal hauptsache kein feller geil ja hat schon eingesetzt und wir stehen davor und müssten eigentlich noch souverainer wegköpfen ich bin doch schade weg weg nicht mehr anstatt dass ihr ihn spielt ich hasse diese automatischen bewegungen das war bei nhl schon so dadurch hast du keinen fort naja ok renne ich in zyp ja sondern du wirst verlangsamt und machst was was du gar nicht machen willst und wenn die automatischen bewegungen dir dann gegen den tor bringen oder so ist halt scheiße das war doch immer so ja guck mal er ist einfach nicht anvisiert ey so lau ist es echt das war schön oben hoch ja ich hätte noch länger hätte ich drei länger drücken müssen ich dachte wenn ich jetzt komplett durchdrücke dass er ihn wieder komplett irgendwo her hailst ja dann hast du den bei den zuschauern ja oder dann schießt er anstatt eine flanke zu machen direkt aufs tor danke wie lange er einfach braucht die ist mutig ja müssen wir mal Kopfhörder die Gegner gewinnen ja jedes Kopfhörder das kann aber auch nicht sein zwei Kopfhörder auch wenn der jetzt gerade vielleicht scheiße war jawoll ja guck mal ich geh ran alles klar ja und schau mal alles mehr ja also dieses rumangevisiere ja als ob ja auch da wird dann der zweikampf wieder angenommen hinten oh wir müssen mal alle einen decken und nicht drei auf einen oh ich muss mal besser spielen und nicht so viel fehlpässe ray rück raum ja mein spielern einfach durch ohne dass ich's will geil ab producerial oder nicht weg weg okay Mitte Tom, Flanke Da will er sie in Heim zahlen Ja, nice, 1-0 Nein Sorry, oh, ich dachte, ich kann den da rüberlegen Nein, was ein Fail, ich hätte schießen sollen Ich weiß nur, wer der von da mit dem Also Ich fand ja einer im Tor, oder? Weiß ich nicht Also ein Abwehrspieler Ja, komplett unten Torwart Oh, zum Glück, ey, maaaannn Er will halt nicht mehr hin Ach, Mann Ja, okay Das reicht nicht mehr Oh Reicht bitte noch Hallo Hier doch Oh, sehr cool Ich wollte dann halt mit dem Zug reinflanken Hier so? Ja, fang rein Jetzt haben wir auch das Freistoß-Tutorial abgehakt Ist echt so Der zieht sich ja wie in FIFA 17 mit Trudi ins lange Eck Ah, komm Scheiß Eingespeicherer, Alter Wirklich ganz viel für 18 ist mir das fast nie passiert Es gefühlt pro Game zweimal diese Einspeicherung Hab ich früher Sepp immer noch geflamed bei Pizzmeet, wenn er immer gesagt hat Ist doch eingespeichert Und ich dachte mir so, ja pass einfach auf, da muss nichts eingespeichert sein Jetzt gerade denke ich mir auch Wow Jede Aktion von mir ist eingespeichert Naja, bin ich mal gespannt Fühlen Vielleicht bauen wir das aus 2-0, 3-0 Dann schauen wir Okay So, tun wir jetzt 2-1 Weiter geht's Oh, ich hab jetzt gar keinen Ton mehr Jetzt Na, es war gerade irgendwie leise oder so Keine Ahnung Ja, übel ist, es hat so, übel ist so aufgebaut so Weiter Ja, ja Auf Flanke Ach ne, die Scheiße Boom Schade Freistoß Ja, Rollstoß Wollen wir mit Kurz spielen oder Naja, schieß direkt, komm Kannst du auch auf mich spielen Ja, jetzt haben wir 2 hinter Der würde nicht reingehen Ah, das ist sowieso schlecht geschossen Oh, auffassen Rennt die durch? Ne, die kennen das nicht Ne Sehr gut, sehr gut, sehr gut Dann werden wir sie gleich mal von was Besseres überzeugen Die gewinnen vorne, jedes Kopf Weil wir haben auch Tom vorne drin Oh nein Boah Ich dachte, ich hab die Anschluss-Station Ach, ab jetzt aus Ach, Leute Du rennst aber auch, als wüsstest du gerade nicht, wo der Ball ist Hättest du vielleicht auch nicht gekriegt Aber du rennst ja die nach außen, sondern schön scheiße Ist nicht Fuß Oh Ja, sorry Jo Schöne Dehnübungen gemacht Bin ich am Ball reingekommen Ja, nicht, dass du dir gleich noch einen Krampf holst, wie das einer spielen, Tom Unten? Ablegen, irgendwie Ah, nice Der Lauf Mitte durch Schön gemacht Ja Ja Schön ausgeguckt Genauso müssen wir das machen, Mann Schöne Laufwege alle Alle dran beteiligt, saftig Ja, auf jeden Sehr nice 3-0 Vielleicht war ja das mal die Befreiung Kick auf Boost, Achtung Ach stimmt, letztes Jahr, ey Immer noch am Anstoß direkt durch War die Freude wieder vorbei Ja, lass dir eine Stunde Zeit, ist vollkommen okay Hier, ich komm doch Ja, ich hab Die Oh, was, Alter Der Gegner konnte aber gerade auch nicht ran Ich bin kreisgerannt und wiedergekommen Also der, der anvisiert ist, der kommt doch zum Ball Wow Ja, und wieder nicht Alles klar Ausgleich Ach nee, erstmal ran Der köpft trotzdem noch Pass auf Dings nicht, ey Hast du noch Zieh, Alter Der, der hört halt schon auf zu laufen, weil er nicht anvisiert war Alter Der Rückraum war klar, ja, warum verteid ich denn nicht Alter, was haben wir denn hier für eine Horde? Ich meine, ich hab defensiv gestellt Achso Außen? Oh nein Hätt ich ansagen sollen Ja, das ist dumm, wenn man zu wenig redet und dadurch Der Außen? Ist egal Für den Ball Oh ja, das hat noch gereicht Kann er da Ja Ich dachte vielleicht ganz unten, aber Ja, mit Verspätung kann er denn Oh, hat er mal Ja Oh nein Da ein bisschen Glück haben Das wär's doch mal Er hat so ein Krent komplett durch Torwart Foul Assi Ja Warum kein Abstoß Ja, weit Mal gucken, wo der hingeht Achso Da schraubt er sich hoch Das könnte eine Gelegenheit werden Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich Absache Ach Das geht? Achso Boah Alter Was? Also jetzt fliege mal lächerlich Na komm, Tom hat's eben gemacht Zurecht Bis die Streak zu Ende geht Oh, ey Nice Der Typ danzt einfach und ist dann schon im Strafraum Muss mal wiederholt werden, hier Das wär's noch Ja, schön So eine 3-0-Befreiung ist doch gut Ja, und gelb Als ob der den da hinkriegt Abschluss Let's go Also machbar Also links Unten Oh Gott, wir mal gucken, wie ich lenken muss Oh ja Geh Ich komm, Rückraum Genauso Oh nein Ich dachte, du hältst dich weiter Deinen Aus Oh nein Das war eine ziemlich gute Vorlage Ja Oh, wie der da hinsprint Weißt du, ich will den Außenverteidiger Guck mal, ich will den Außenverteidiger einfach hinten halten Obwohl er den nicht kriegt, ist er anvisiert Und sprintet halt vollkommen raus da Direkt auf Mauer war auch wieder richtig low Ja, schön Nee, das war kein Absatz Da müsste wer gewesen sein Schönen Rückraum Und Abwehrspüler war noch Hast du Er kann nicht weiter Weißt du, die CPU hätte das auch nicht easy machen können Oh nö Alter, setz dich doch vor Na schön Ja Schön Nice Nice Hatrick Äh, ja Glaub schon Und weg mit der Eckfahne Zum dritten Ich würde sagen, so eine Befreiung haben wir mal gebraucht Jetzt klappen unsere Spielzüge Aber das ist natürlich Die Gegner, die Gegner Die können im nächsten Spiel ganz anders aussehen Wäre cool, wenn nicht Geil vorgelegt Oh, senst ihn doch wenigstens Wenn, dann muss er auch richtig zuhacken da Tschüss Und nur ein Schuss Und nur ein Schuss Zu weit, das kommt so weiter Erstens bin ich gespannt, wie ihr die Ecke reinbringt So, Ecke kommt OI Abstoss Komm, probier's mal Wobei, nein, nicht zu weit gehen Ich muss wahrscheinlich eh ins Kopf duellen mit den drei Leuten da hinten Das war gut aus, bis hierhin, aber jetzt haben wir hier mal verloren Unten hoch Team interne, äh Streitgespräche Übe ich mit an Oh Hendrik, du lässt deine Mitspieler mal ins Abseits rennen Spiel ruhig so früh, wie du kannst dann Auch wenn wir 4-0 führen, aber Schluss Schon mal einschießen Ich komm weiter mit Oh, da, da Schade Jawohl Nice Nice 4-0 kann sich auf jeden Fall sehen Lass, da wird sich effe noch den Ball Sollen der Lodder hier Zwei Vorlagen weiter verbessern Ja, das kann steigen Flemming, Fredskild War der Schiedsrichter Und, äh Aufstieg Da brauchen wir jetzt einen kleinen Lauf für Vielen Dank fürs Zuschauen Hoffentlich bis zum nächsten Spiel Tschöleser Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschöleser